Ja, Remedy hat gerade Soundcheck gehabt und seine Crew ist auch dabei, die waren auch schon fleissig am Tanzen. Wie fühlt ihr euch jetzt nach dem Soundcheck, die Nervosität? Es ist Bombe, jetzt haben wir mal gesehen, wie gross das alles ist. Die Jungs sind gut drauf, die Musik ist gut, ich glaube, das kommt echt gut. Und für eure Jungs, wie ist das jetzt so, wenn ihr da gesehen habt, in welchem riesigen Stadion, wie viele Leute ihr da seht und vor denen tanzen, wie ist das das Gefühl? Es ist immer voll geil vor vielen Leuten zu tanzen, das ist zwar nicht unser erstes Mal. Und was macht ihr vor eurem Auftritt, habt ihr da irgendwie ein Ritual oder so? Wir machen alle zusammen 50 Sit-ups und 10 Leggestütze. Ich würde sagen, das üben wir im Gattmann, komm, das haben wir jetzt gesehen, das haben wir jetzt gesehen. Ja, ich mache schon mit. Bist du bereit? So, Bein offen. Okay, er hat aufgegeben. Er hat gezeigt. Tschüss! Also gut, ich übe noch etwas, ich habe ja tagkräftige Unterstützung. Und Jungs, Energy Air, sind ihr bereit? Yeah! Okay! Okay, herr! Ich bin, ich bin. Ich bin.